Herzlich Willkommen zum Modern Master 1017 Display und diesmal machen wir was anderes. Wir machen davon jetzt ein 6 Booster auf, bauen uns ein Silt-Tag und später in einer gewissen Zeit machen wir wieder 6 Booster auf, machen auch ein Silt-Tag und das werden wir jetzt zeigen. Also das ist der erste Teil davon, wir machen das ganze auf, doch noch Lust bekommen nachdem wir am Freitag getraftet haben. Ein Kollege neben mir hat ein Foil Liliana drin gehabt und ich habe einen Damogolf drin gehabt und das letzte Mal haben wir einen Foil Damogolf drin gehabt beim Traften. Also nicht ich, aber ein anderer und von daher brauchen wir uns nicht zu viel erwarten, ich glaube das ist eher der Display aus der gleichen Reihe. Außer es ist noch einmal so mittiger drin, aber ich glaube eher nicht, das ist vielleicht eher einer der schlechteren. Ja, trotzdem haben wir noch einen 1, 2, 3, wir nehmen von jedem der Domri 3. Zwei von jedem, zwei Domri 3, zweimal der Engel und zweimal der Griselbrand. So, das andere stellen wir weg. Können wir daneben hinstellen, dann sieht man es ein bisschen. So, ok, also wir fangen an, wir haben 6 Booster und da bauen wir uns dann ein Siltag draus. Ich werde dann schneiden, was ich da als Deck gebaut habe. Und als erstes geben wir einmal die Foils durch, gleich am Beginn. So. Und das ist hinten. Wie machen wir das? Jetzt werden wir auch docken. Foil ist Vampire Aristokrat, schwarze Karte, das ist schon ganz gut zum Spielen zumindest. Die Rare ist... A Venza! Shaper Savant. So, dann kommen wir zu... Vital Splice soll es einkommen. Und... Cruel War Chant. Und die letzte ist... A Bronze Bakemore, den finde ich ziemlich cool. In den Dockentecks spiele ich den gern. Und ich mag die Dockentecks. Ja, was haben wir sonst an Karten? Spike Chester ist schon eine Karte. Dann haben wir hier... Arachunus Web. Ja, der geht jetzt schnell durch. Nur, dass die Leute sehen, was dann zum Bauen ist. Rewind. Golgari. Guildgate. Das ist mein Problem ein bisschen mit dem Traf, dass ich die Guildgate jetzt nicht hoch genug picke. Deswegen ist mir da fast ein Silt lieber. Weil da habe ich es dann einfach. Und die drei ankommens. Kann man... Ja. Zwei gute für Dockentecks. Und der Tekkenkisch ist die Kontroll-Half. Was ist das, was nur in Interminanz? Vielleicht auch ganz okay in einem Mute-Tack. Äh, in einem Nya-Tack. So, nächster Dome-Radio-Booster. So, nächster Dome-Radio-Booster. Also, nach und nach werden wir da aufmachen. Wir fangen wieder an. Ein Elemental-Token. Wie die Voice. Das ist schon ganz cool. Bei Golgari-Guildgate-Foil. Bei Golgari-Guildgate-Foil. Und wie er ist... Der Death-Hut-Copras auch gut. Zau ein 4. Ist mir jetzt recht. Pitfall-Trap. Der auch gut auf Borlas. Unser zweiter hier. Giant-Baiting. Wenn noch ein Guild geht. Battle-Rattle. Schauen wir an. Zone-Missionary. Dann haben wir... Das Kriegs-Island. Uh, Arachnuss-Spinner. Zweiter. Dritter ist Tower-Gargäuel. Wie... Ziemlich. Nette. Ankommen schon. Noch keine... Schauen wir mal. Ob irgendwas wertvolles drin ist. In den ersten 6 Fußern. Schaut euch die Serie bis zum Schluss an. Dann seht ihr, ob... Am Ende auch noch irgendwas dabei ist. So. Und wir haben... Ein Aberkin-Bild drin als erstes. Und dann... Die Foil wollen wir noch nicht. Und solcher. Foil ist... Spike Chester. Das ist genau der 3-1-Eingreifer. Wenn wir schon in dem anderen ganz vorne drin gehabt haben. Und... Wir haben einen Kolfter-Hard. Also die... Rares sind alle bescheiden bis jetzt. Ja... Was macht die Kolfter-Hard? Für den Docken-Deck ist er super. Für den 3-1-Eingreifer. Und mit Flashback. Für 4. Dann haben wir den Pilgrim. Der ganz super ist. Was auf... Was auf... Guildgate. Noch eine Cobra. Ja... Der... Morgenbittle. Und... Da bekommen wir schon ein bisschen Idee jetzt da. Wo wir ein paar einige coole Karten haben. Deswegen geht da jetzt eben auch alles durch. Auch... Guildgate... Der ist auch ganz gut. Ich glaube ich... Jetzt sind wir schon bei den Ankommens. Wieder einer mit Tokens. Uh... Der ist auch gut für Token-Decks. Ich baue ja so gern Token-Decks. Und ein... End-Domper. Nächste auch. Ja... Ich schätze... So ein... Legitimer Token-Deck. So... Schauen wir mal. Goblin Electro-Manser. Schauen wir... Der ist auch ganz gut. Sol-Bund-Kreaturen hier. Das ist der... Ich kann nochmal Karte ziehen, wenn er eine der Kreaturen un-damage macht. Das ist... Ich mag das. Du mögst es nicht. So... Knight. Der wäre mit für Token-Decks. Dann noch Counter. So... Uh... Gortschein-Rambringer. Der wäre auch was für neuer Tag. Ziemlich gut. Oder für Jun-Tag. Für ein Wild-Jaman. Das ist auch gut. Das letzte Mal... Und die Rare ist... Abil-Twin. So bis jetzt haben wir nur Ramsch-Rares aufgemacht. Und Battle-Rattle-Jamanen-Foil. Also auch da nix. Und dann Drachen. Ja, das ist der vierte Booster. Zwei haben wir noch. Bis jetzt ist es einer der Displays. Die ganz schlecht sind. Wie erwarten wir da jetzt auf nix. So wie es bis jetzt ausschaut, schaut er eher so aus wie die meisten nehmen. Ja... Das ist ein guter Zusteller finde ich. Wenn er gut geht halt. Sonst pumsten ging, ne? So Rackl. Genau da... Agnes of Bromla. Aber der andere. A Golgari gilt, gell? Also... Jund könnten wir easy spielen. Mit 3 Golgari gilt geht es schon. Mit dem Wurm da jetzt da. Da bin ich jetzt schon... Schwarz. Dazu spaschen zum Nei Attack vielleicht. Und der Inquisition of Coselec. Die erste Karte, die irgendwas an Wert hat in dem ganzen Haufen. Mal es angekommen. Dann... Äh... Und... Skyling dann, okay. Wow. Ja, damit habe ich da jetzt auch ein Playset in Summe. Nicht von der aktuellen Edition, aber in Summe halt mit den alten noch. Ja, ziemlich nice. Es freut mich. Die VL ist... A Talum Trooper. Und der Elefant Docken, den werden wir dann brauchen. Also, einen Booster haben wir noch. Scalding dann und Inquisition of Coselec in einem Booster. Das ist bis jetzt alles. Das heißt, das sind nach sechs Booster... Oder nach fünf Booster nochmal ungefähr auf 33 Euro. Wenn man die anderen Karten noch ein bissl was an Wert gibt. Aber noch ein bissl höher. Achso, das kann ich dann halt fast 40. Sagen wir 45 Euro haben wir. Übertreiben wir es ein bissl. Also, ist sowas gut. Ground Seal. Ich liebe Ground Seal. Hier, Ground Seal. Damit man sieht. Die Damage Target Gilture equal to the number of lands in Control. So, der Slime, der ist auch gut für unser Docken Deck. Den haben wir noch einmal jetzt da, falls wir Schwarz ihm noch dazu bringen wollen. Ja, der mit First Strike, der ist auch nice. Solber unser First Strike. Die Länder fehlen uns vielleicht ein bissl fürs neue Attack. Ui. Bowling Oracle. Eater Charme ist die erste Ankommen. Wir machen weiter. Und der Putrefys. Boah, ich liebe Putrefys. Das werden wir schon spielen wahrscheinlich. Blau ist gar nicht schlecht. Vielleicht müssen wir blau nochmal genauer durchschauen. Vielleicht wird es ja blau, schwarz, grün oder so irgendwas. Blau, schwarz, grün. Was über Farbkombination. Hm. Vergiss ich. Ja, der ist cool. Da haben wir den grünen dazu nämlich. Das wäre ganz nice. Und die Rare ist eine Damping Matrix. Ja. Also. Und. Aaaaah. Das Problem ist, das zweite Foil-Guildgate hätte ja Foil-Weltstand sein können. Wir sind ja ganz bescheiden. Ja, wir haben zwei von den Typen. Den grünen und den blauen da. Den Splicer da. Das ist schon interessant. Flying und Regnerieren wäre das, glaube ich. Vielleicht, wenn wir da in die Richtung gehen. Jetzt haben wir auch das Cruel-Guildgate eben. Damit haben wir da einige Optionen. Dann hier die Matrix. Die wird nicht gespielt werden. Nächster Foil. Ja. Scalding Dance. Ist natürlich die Topkarte vom Wert her. Und können wir auch spielen. Inquisition of Coselec. Kommt auch noch auf den Stapel mit Märchenkarten. Ja der ist auch nicht schlecht. Mit dem Plus 2, Plus 0. Nicht zu unterschätzen. Weil man aggressiv ist. Ja. Evil Twin. Und wenn wir in der Farm sind. Könnt man spielen. Ja. Call of the Earth. Spike Chester. Der Basilisk Caller mit Lifelink Death Touch. Das werden wir auch spielen. Dann ist. Golgari. Gildgate eben. Hier das Elemental Token. Der noch ein bisschen los ist. Und dann. Wenser. Also wenn wir da. Idee Farm gehen. Dann können wir auch spielen. Also so vom schnell drüber schauen. Wäre das durchaus eine Farbkombination. Alleine von den Rares her. Könnt man Wenser spielen. Basilisk spielen. Call of the Earth spielen. Abil Twin spielen. Inquisition spielen. Scannington spielen. Dann können wir alle. Unsere. Besseren Karten spielen. Ja. Das sind. Die. Rares. Und das Inquisition. Of course. Es wird spannend werden. Was wir da als Deck bauen. Ich werde es dann im zweiten Teil anfügen. Bis später.